Wie viel darf die Leasingrate deines Firmenwagens kosten? Heute geht es um die 100. Regel und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Robert Giebenrath, Gründer und Geschäftsführer der RG Finance GmbH und wir kümmern uns als externer CFO um Wachstumsunternehmen und im Besonderen um die Finanzen bei Wachstumsunternehmen. Entsprechend habe ich auch oft Fragen, Diskussionen mit diversen Kunden, Geschäftsführern auch um das Thema Firmenwagen, denn das ist ja ein Thema, mit dem man sich dann ganz gerne beschäftigt als Unternehmer, denn man ist auch so eine kleine Sache, es ist über die Firma grundsätzlich absetzbar, man kann damit natürlich sich auch ein bisschen belohnen, das ist oft so ein Aspekt dahinter. Von daher ist der Firmenwagen ein oft und gern diskutiertes Thema, es muss zum Image passen, man hat Kindheitsträume, die man sich damit erfüllt, man will sich ein bisschen austoben, wie gesagt, man hat diesen Belohnungsaspekt dabei, von daher ein sehr gerne gewähltes Thema und entsprechend aber auch ein gerne diskutiertes Thema und dazu möchte ich heute mal meine Empfehlung geben, wie viel denn die Leasingrate oder wie viel dein Firmenwagen entsprechend kosten darf und genau, dafür habe ich so eine kleine Faustregel entwickelt und darum soll es jetzt gehen. Vorab einmal kurz, es geht hier um Wachstumsunternehmen, wir beschäftigen uns hier oder wir gehen von der Prämisse aus, dass du ein Unternehmen bist oder ein Unternehmer bist und mit deinem Unternehmen wachsen möchtest. Das ist eine Voraussetzung, wenn du jetzt irgendwo 10k im Monat machst und sagst, das mache ich konstant, das mache ich seit 10 Jahren, das will ich die nächsten 10 Jahren machen, dann zählen ein paar andere Parameter, aber hier geht es darum, du bist ein Unternehmen und möchtest weiter wachsen, möchtest auch Mitarbeiter einstellen und, 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 möchtest ein Team aufbauen und entsprechend wachsen. Dafür ist diese Regel gedacht und hier kannst du dich daran orientieren. Auch wichtig, noch eine weitere Prämisse, du brauchst den Wagen nicht zwingend beruflich. Also, wenn du jetzt jemand, wenn du ein Taxifahrer bist, dann brauchst du natürlich ein Auto. Wenn du irgendwie was ausliefern musst, dann brauchst du einen Firmenwagen. Dafür zählt es nicht, es geht hier darum, wenn du als Unternehmer einen Wagen möchtest, mit dem du dann eben entsprechend fahren kannst, von zu Hause zur Arbeitsstätte, mal zum Kunden, mal zu einem Seminar und, und, und. Genau, mit diesen beiden Prämissen vorab möchte ich dich jetzt einmal hier mitnehmen, weil wenn du im Online-Geschäft tätig bist, online irgendwie Agenturdienstleistungen machst, Berater, Coach und so weiter oder E-Commerce-Unternehmer, Softwareunternehmer, Plattformen und so weiter, brauchst du diesen Firmenwagen ja nicht zwingend. Könnte man auch die Öffis nehmen, könnte man sich auch mal was leihen und, und, und. Genau, das vorab geschaltet, kommt jetzt meine Regel, mein Hinweis zu dieser Firmenwagen. Was darf der Firmenwagen kosten? Und hier habe ich die Einhundertstel-Regel, die besagt, dass der Firmenwagen Einhundertstel von deinem Netto-Monatsumsatz kosten darf. Also die monatliche Leasingrate vom monatlichen Netto-Umsatzvolumen, wenn bei der Voraussetzung, dass du jetzt keinen unglaublich hohen Wareneinsatz hast. Wenn du sehr hohen Wareneinsatz hast, dann musst du eher auf den Rohertrag abstimmen, also Umsatz minus Wareneinsatz. Zum Beispiel E-Commerce-Händler von, wenn du für 100 Euro was verkaufst, hast du 60 Euro davon Materialkosten, dann musst du es von dir auf die 40 Euro beziehen. Wenn du Dienstleister bist und so weiter, solltest du in der Regel ja direkte Marge haben, dann kannst du es entsprechend so schon in Relation haben. Also wenn du 100k machst, dann in diesem Beispiel, wenn du 100k im Monat verdienst, dann Umsatz, also Netto-Umsatz hast, dann darf die Leasingrate entsprechend 1000 Euro betragen für deinen Firmenwagen. Das ist sozusagen die Grundregel dahinter. Einhundertstel vom Monats Netto-Umsatz, also geschriebene Rechnung, nicht abgeschlossenes Umsatzvolumen. Also wenn du jetzt einen Vertrag über 12 Monate abschließt, 5000 im Monat, also 60k, dann ist das nicht, 60k ist nicht dein Umsatz, das ist dein abgeschlossenes Auftragsvolumen, dein Umsatz ist 5k, weil du eine Rechnung über 5000 Euro schreibst. Und das musst du rechnen, das was in deiner BWA steht auf der Monatsbasis, das ist die Marke für, also durch 100, das darf Netto deinen Firmenwagen im Monat kosten. Damit kommen jetzt vielleicht viele in die Bredouille und müssen ihre AMGs zurückgeben sozusagen. Oder du willst ganz früh den 911er, das kannst du dir entsprechend noch nicht leisten. Schrägstrich, du kannst es dir vielleicht leisten, es ist aber nicht vernünftig, weil dein Geld ist viel besser aufgehoben in Mitarbeiteraufbau, in Ads, in Mentoring-Training. Das sind viel sinnvollere Themen auszugeben als in einen Firmenwagen. Das ist ein reines Prestigeding. Du kommst auch mit einem Ford K von A nach B oder einem Polo, wenn es darum geht. Aber es ist natürlich, es ist fürs Mindset auch eine gute Sache, es kann eine Belohnung sein. Aber belohne dich nicht zu früh mit solchen Firmenwagen. Hol dir da nicht zu früh irgendwie deine Traumkutsche als Kind, oh der 911er muss es sein, kostet 1,6 Leasingrate und ich mache gerade 50k im Monat. Das ist zu früh. Die 1,6 Leasingrate kannst du dir holen, wenn du 1600 Euro mal konstant machst. Mal drei Monate hintereinander, mindestens 160.000 Euro Umsatz, geschriebene Rechnung gemacht. Dann bist du bereit für einen 911er. Punkt. Und nicht früher. So musst du das rechnen und so kannst du gesund wachsen und steckst deine Ressourcen in die richtigen Sachen. Und zwar Marketing, Personal, gute Berater dahinter. Das sind so die Themen, die dich nach vorne bringen, die dich pushen. Und alles andere solltest du angemessen nehmen und angemessen einsetzen. Und sowas ist, diese 100. Regel ist eine angemessene Regel für Unternehmer. Also setz dir dein Ziel doch einfach ein bisschen höher, wenn ich jetzt gerade vielleicht dein Traum zerstört habe vom nächsten Auto, was du vielleicht schon kaufen wolltest. Setz dir dein Ziel ein bisschen höher, push noch ein paar Monate durch und dann hast du es auch guten Gewissens verdient. Und ich könnte dir als CFO, wenn du mein Kunde wärst, könnte ich guten Gewissens sagen, let's go, mach, geh zum Händler und hol dir dein geiles Auto. Genau, also das kleiner Hinweis meinerseits zum Thema, wie viel darf dein Firmenwagen kosten? Und entsprechend hoffe ich, dass du da einen guten Richtwert, eine gute Faustregel an die Hand bekommen hast. Wenn du weitere Hinweise von mir haben willst, wenn ich mal deine Finanzen durchleuchten soll, wenn du mal mit mir sprechen möchtest zu deiner Finanzsituation, dann melde dich doch gerne unter unserer Homepage www.rg-finance.de, vereinbare dort eine Erstberatung und wir beide werden schon bald persönlich miteinander sprechen. Ich freue mich drauf und alles Gute.